Wo bleibst du? Diese Roller ist schon eine feine Dame, ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau, also, du bist ja als deine Frau. Du musst krass in Sorge sein, oder sie riefen. Vergiss es. Kein Schwierig. Da ist was. Bam. Okay. Ah, ähm, ne? Du weißt, wie es geht. Vielleicht drauf springen, bitte. Mal schauen. Tja. Hier muss irgendwo noch so ein Viech sein. Aber wenn der links ist... Oh, Walter. Level ab. Oh, der Baum hat ein Gesicht. Ich weiß. Und der macht doch den ganzen Zeugs. Okay. Level ab. Ähm, was wollen wir? Tja. Du hast schon so viel. Exklusiver Pfeil. Ich kann mir das gar nicht angucken. Pfeil ist schick. Hm. Kannst du... Kann man das immer eine Planke laufen lassen? Das glaube ich eher nicht, aber kannst du den Baum so stützen, dass das, äh, allein von Dings läuft? Wo soll ich das stützen? Halt mal eine Planke hin. Hm? Halt mal eine Planke hin. Einfach mal ausprobieren. Vorsicht. Oh, das war der Explosive. Okay. Äh... Ja, das geht. Scheiße. Oh, was passiert jetzt? Okay. Ja. Japp. 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 Was ist das für eine Blume! Japp. Japp. Kein Gänseblümchen. Mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Hm. Japp. 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 Ah, jetzt. Kann ich auf die Blume springen? Kann ich auf die drauf springen? Nein. Sie sieht irgendwie nur wie Hintergrund aus. Aber sie folgt mir, oder? Mehr oder weniger. Wow, okay. Vielleicht nicht einfach nur Hintergrund. Versuch jetzt mal unten lang. Oh, cool. Willst du mich ablösen hier? Nein. Fick dich Blume. So, ja. Hm. Hey. Was machst du da, du krankenscheiß? Ich will Amadeus wieder haben. Hm. Ah. Okay. Vielen Dank. Hoch. Ey. Woller. Oh, mal exklusiver Fall ist schick. Wie komm ich jetzt da hoch? Weiß nicht. Tünt was aus. Oh, die Pflanze näher. Das ist schon wieder so neins. Das ist schon nervig, die Viecher. Was ist mit Amadeus passiert? Er ist gestorben. Horst. Du bist ein Horst. Ja, das auch. Ja, das auch. Und du auch. Nein. Doch. Boah, Schatz, Viecher. Ich komm ja schon. Oh. Er muss jetzt alleine machen. Wir können jetzt mal so ein Ding finden. Haut ruf. Komm, du bist auch tot. Nein. Ich doch nicht. Oh, nee. Wo ist meine Maus? Da. Ja. Mach erstmal alles kaputt. Ich doch nicht. Ah, ich bin gefangen. Bam. Boah, wie viele von den Viechern kommen hier denn noch? Auf ein bisschen Himmel. Ich versuch's. Ich glaub, ich hab's nicht. Ich bin leider wieder gestorben. Hast du auch da? Ja, da ist... Irgendwie blöd runter zu kommen. Wo tust du sein? Unter dir. Na, da ist Erfahrung. Ja, aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Ja. Vorsicht, da schießt was. Was? Da hilft selbst ein Schild nichts bei den Pflanzen. Ja, die sind doch scheiße. Die sind neidisch. Das ist vor allem scheiße. Ich glaub, man kann ausweichen oder so. Nein, kann man nicht. Ich glaub, das bringt nix. Ich bin Captain Mavica mit meinen Schild, ey. Doch auch. Nein. Nein, ich hab die Erfahrung. Dann geh mal hoch. Ja, ja, ja. Nee, nee, rechts rum. Ja, nee. Zum Glück hast du noch mich. Ja, ich fahr da eben schon mal, aber... Ups. Hey, mach doch nicht alles kaputt, ey. Ähm. Warum nicht? Falsche... Der war... Falsches Timing. Ich glaub auch. Schon wieder. Ich kann's ja mal froh sein, dass wir sind. Demonsten. Ich hab das mal wieder so in, dass du mit einer Planke drüber kommst. Wenn du eine Planke nix. Wir müssen drehen. Drehen. Ja. Jetzt hoffen, dass es nicht umkippt. Planke. Jetzt wächst so eine Fleischwaffe in den Pflanzen. Nee, zum Glück nicht. Wird du sein können. Ja. Hey, duschen. Ich... 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 Hier. Was würdest du nur ohne nicht tun? Frohlocken. Das hast du gesagt. Das bestreite ich auch nicht. Sieht euch diese kleinen Lichter an. Hast du noch nie Glühbürmchen gesehen? Die werden von Licht angezogen. Lichter? Sie sammeln sich an Licht? Siehst du das Licht? Die Ben. Oh. 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 Was hast du getan? Wolltest du die Lampe aufheben? Ja. Was passiert, wenn Pflanzen die fressen? Runter. Runter. Ich versuch's zu verarschen. Okay. Jetzt komm. Ich glaub, da geht's jetzt grad ein bisschen schlecht. Na! Vielleicht auch nicht. Immer da weg. Ich kann hier nicht mehr hoch, so. Okay, ich versuch's. Jetzt hier. Los. Kriss, Kartoffel. Geht nicht. Da wird ja noch eine Kette unten dran. Das ist eine Kette dran. Aber du so viel versucht hast, sie zu verarschen. Ja. Ja, vielleicht sind ja immun, wenn die Lampe in der Nähe ist. Wir sind noch ganz weg. Nein, sind sie nicht. Ja, soll ich hier für die Sterben, ne? Ja. Nein, wollte er nicht. Ja, doch. Geh noch mal ganz weg. Dann nimm mal die Lampe mit hoch. So, jetzt geh noch mal ganz weg. Oh. Geh hin. Komm hin. Nicht mit der Lampe, ohne. So. Und jetzt zurück. Und jetzt versuchst du das nochmal, die Lampe zu fressen zu lassen. Ah. Gut.